Ich bin Mathis Pflückiger. Ich komme aus Leimes Wien im Kanton Bern und werde Asio 30 ein. Mein grosses Ziel ist, dass ich die Weltmeisterschaft der Lenz erhält. Sehr viel. Ich war 2012 in Schamberg schon dabei. Ich war in der Heim-WM, auch bei der Elite. Ich bin 2012 dritten geworden. Ich hätte gerne hier die Heim-WM-Medaille wieder gewinnen können. Nein, kaputt. Oh, ich habe kein Endloschleife. Ich höre sehr viel Spotify. Ich habe dort eine sehr lange Liste. Und die Musik ist im Training ein grosser Teil von mir. Tritt auch du in die Pedale und kommt mit uns an die Heim-WM mit Lenzer Haid. Also. Tritt auch du in die Pedale. Tritt auch du in die Pedale. Ah, in die Pedale. Okay.